Es wäre kein Problem, Obdachlosigkeit von heute auf morgen zu beenden. Der einzige Grund, warum das nicht passiert, ist ein fehlender politischer Willen. Alle leerstehenden Häuser im Wedding, Moabit und Mitte, von denen wir aktuell wissen, wir wissen schon, das sind nicht alle vermutlich, wir haben nicht alle auf dieser Liste, aber unser grüner Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel ist für Leerstand aktuell verantwortlich. Er hat versprochen, sich zu kümmern und wir nehmen ihm beim Wort. Dementsprechend, lieber Stefan, das sind deine zehn Häuser oder es sind glaube ich sogar noch mehr, von denen wir erwarten, dass der Leerstand dort so schnell wie möglich beendet wird und einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird, zum Beispiel als Wohnraum für von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen. Der Bezirk kommt nicht wirklich aus dem Knick und hat dazu noch nicht wirklich was gemacht. Deswegen haben wir eine Petition dazu gestartet, um also den Eigentümer und den Bezirk aufruft, erst mal miteinander ins Gespräch zu kommen und dann eine einvernehmliche Lösung zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.